Es wird stürmisch. Vormittags regnet es in der Region bei Temperaturen von um die 3 Grad. Mittags steigen die Werte auf bis zu 6 Grad. Dabei bleibt es durchgehend bewölkt und windig. Den gesamten Tag über können Windböen von bis zu 45 Stundenkilometern auftreten. In der Nacht bleibt es dagegen trocken, aber bewölkt. Bei Werten zwischen 4 und 5 Grad muss aber weiterhin mit starken Böen gerechnet werden. In den kommenden Tagen wechseln sich Wolken, Regen und Wind ab. Am Freitag bleibt es dabei überwiegend trocken, aber windig. Erst am Abend ist bei Werten zwischen 5 und 8 Grad mit leichten Schauern zu rechnen. Am Samstag regnet es fast den gesamten Tag über bei Tiefstwerten von 6 Grad. Auch am Sonntag sind bei einem leicht bewölkten Himmel und Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad gelegentlich Schauer zu erwarten.